Liebe Freundinnen und Freunde gepflegter Kriminalunterhaltung, Minenspiel präsentiert die Harman-Protokolle. Diese Stadt ist ein Mikrokosmos, ein eigenes Ökosystem. Sie wissen schon, quid pro quo. Hannover in den 20er Jahren. Eine Stadt jagt einen Mörder. Ein Monster. Ein Wehrwoll. Kriminalpolizei, Hände hoch. Gestatten? Harman mein Name. Für Sie gerne, Fritz. Nach den wahren Dokumenten und Verhörprotokollen aus den Untiefen Deutscher Archive. In der Tat, etwas staubig diese Akten. Die Harman-Protokolle. Ein Live-Hörspiel der Extraklasse. Mit sensationellen Stimmen. Mit reißender Live-Musik. Und natürlich mit Live-Geräuschen auf der Bühne. Warten Sie nur ein Weilchen. Und Harman kommt auch zu Ihnen. Die Harman-Protokolle. Ein True-Crime-Live-Hörspiel. Am 12., 13. und 14. Mai um 20 Uhr auf der Bühne des P1 der JGU Mainz. Eine Produktion der Hörspielgruppe Minenspiel. Die Harman-Protokolle. Die Harman-Protokolle. Die Harman-Protokolle. Die Harman-Protokolle. Die Harman-Protokolle.